Die Daumen, weil der Urwald hier, der macht mir schon so ein bisschen zu schaffen. Oh nein, 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 nein! Geht's nicht? Nein! Jetzt nehme ich mal das Nein. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Mark. Mit dabei der Basti. Hi, was geht? Wie schon angekündigt in der letzten Folge? Oha, hey, ich schwör's dir. Was ist los? Also ich bin mega am Verzweifeln, weil mein scheiß Altar kriegt nicht mehr Mana oder halt Ritus Power dazu. Ich muss dazu viele Bäume pflanzen, viele Witchery-Zeug. Und du willst nicht sehen, wie mein Zeug hier aussieht, weil ich muss verdammt nochmal ein Item craften und das braucht 7000 Power und ich bin gerade mal bei 5800. Der Server leckt richtig böse gerade, ne? Und das ist wegen deiner Tierfarm. Ey, Quatsch, ist das wegen meiner Tierfarm? Ich hab die gerade alle abgeschlachtet. Echt? Ja, es leben nur noch zwei. Oh, gut. Die Zepplinge hier bringen was dazu. Ich hab so viele Ressourcen. Ich hab ne Quarry aufgestellt. Das ist abnormal, wie viel ich hab. Oh, das hat hier nicht weitergemacht. So, uh, es hat wieder ein bisschen geupdatet. Ich brauch nur 7000, sonst kann ich nicht weitermachen. Ey, pass, die meine Smeltery ist voll. Hast du das schon mal geschafft? Hä, wie hast du das gemacht? Es ist so viel Zeug drin, dass die einfach voll ist. Oh Gott, wie es leckt, what the fuck? Es ist richtig krank. Warum leckt es? Also bei mir leckt es gerade nicht. Es leckt übertrieben bei mir. Ey, Mann, ich weiß nicht, wie ich hier weitermachen soll. Warte mal, ich tu mal hier so ein paar Seeds noch pflanzen, Mantrax Seeds einfach. So, dieser Altar, gell? Was machen wir denn gerade, dass es so leckt? Ich mach nix. Vielleicht sind Kev und Gomme in neue Dimensionen oder so wieder von Mithcraft. Weiß es nicht. Bei mir leckt es gerade nicht. So, okay. Machen wir denn? Doch, es leckt krass. Wir sind in Overworld, okay. Okay, komisch. Weiß nicht, wo er uns liegen könnte. Oh, wie sieht denn mein Reaktor aus? Läuft der eh noch? Okay, ist leer. Das heißt, ich muss wieder was nachzuholen. Was für ein Reaktor, hä? Ich hab nen fetten Reaktor. Atomreaktor oder was? Yes. Oha. Hä, wo hast du denn? Hä, hast du nicht was anderes gemacht? Ah ja, hast du mitbekommen, ich hab im Livestream deine Tool Forge, äh, gemacht. Ah, hab gegradet, ja? Ja, ja. Hab ich gelesen. Weil ich brauch, ich hab die gebraucht. Das war wichtig. Für was denn? Weil ich mir ne Lumber Eggs machen wollte. Ne Lumber Eggs, okay. Also so eine, die einen Baum auf einmal weghaut, weißt du? Ah, okay, ja, ja. Ja, weil, äh, die hab ich gebraucht, damit ich... Bei wie viel sind wir? Ja, wir sind bei 6000! Jetzt müssen wir noch 1000 mehr dann kriegen. Oh Gott, ich muss das Volumen von dem Altar noch mehr upgraden. Warum kommt da immer mehr Bronze raus? Achso, weil das Kopp... Oh Gott. Kopp ein Roster. Roster. Hab ich hier irgendwo, ne? Ey, das ist so... Das ist... Ich schwör dir, mach nie Witchery. Ich komm nicht mal mehr an meine Workbench ran. Loll, warum? Ja, weil hier alles zugestellt ist. Hier sind überall Bäume. Weil ich verdammt nochmal die Energie brauche aus diesen Bäumen. Ah ne, jetzt hab ich ne Blaze weggeworfen. So, jetzt. Blödes Kopper. Das macht mir alles kaputt. Okay. Oh Mann. Ich glaub ich sollte den Blöcken ausgießen. Meine Smelltree ist einfach voll. Das ist zum Kotzen. Warte hier. Wolfbane Seeds. Ne, die würde ich nicht. Doch, komm, lass die setzen. Wolfbane Seeds. Zack, 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 zack. Okay, hoffen wir einfach mal, dass wir das noch irgendwann hinkriegen. Jetzt ist er schon bei so viel. Okay. Danke jetzt. Bebe. Ciao Kev. Lol. Ich hab Bebe jetzt geschrieben und jetzt kam es erst an. Ja. Bei dir auch? Ist leck krass, wie gesagt. Äh, Frage, hast du viele Knochen oder so? Ja, jetzt ist aber besser. Was hab ich? Hast du viele Knochen oder so? Knochen? Äh, warte mal, ich guck mal kurz. Hier nicht. Hier nicht. 15. Äh, noch einer. Äh, noch einer. Die Knochen? Jetzt leckst du wieder. Ähm. Sieben. Warte kurz. Brauchst du die Knochen? Guck wie viel ich allgemein hab. Nein, eigentlich nicht. Kann ich welche haben? Ja. Kommen sie die abholen. Ja, mach ich's. Wunderbar. Leg mich hier einfach rum. Weni le Beste. So. Ich brauch einfach so viel. Ohne Witz. Du kannst bei mir auf dem Gelände. Sobald ich diesen einen, ich muss so ein Fläschchen herstellen namens Drop of Luck. Und, äh, das braucht einfach mega viel, äh, Power. Und wenn ich das hab, reiß ich's einfach ab. Ja, gell? Ich mag's Leggen auch. Das ist bestimmt wegen dem. Ne, nicht nur das Leggen. Meine Quarry, es ist abnormal. Achso. Ich hab so viele Rohstoffe. Ich weiß nicht wohin damit. Hier, zu mir. Mach mir ein Chatbag. Ich hab Quarry aufgestellt und ich dachte mir so nichts Böses, aber die ist so riesig. Ich hab, ich hab 64 x 64 x 150 aufgestellt. Das sind einfach ein, äh, 610.000 Blöcke was die abbaut. Guck mal in die Smeltery. Warte. Warte, ich guck in die Smeltery. Warte. Guck was da drinnen ist. Und jetzt guck in die Kiste hier. Guck in die Kiste daneben. Ja. Jetzt guck in den Hopper. Jetzt guck in den Hopper. Hä? Wo ist ein Hopper? Unter der, unter der Kiste. Achso. Und jetzt, und jetzt guck in die Damage Chest. Was geht mit dir? Guck die Eisenblöcke. Ich hab zwei Stacks Eisenblöcke. Hä, ähm, kann ich ein paar haben um meine Marks zu spawnen? Ja, nimm dir. Okay, ich nehm mir mal, ich nehm mir mal 27 Stück. Guck mal, guck diese Kisten an, Basti. Darf ich 27 Stück haben? Eisenblöcke? Nein. Ne? Oh. Dann nur 13 Stück. Warum so viel? Nimm dir 3. Ja nein, ich nehm 12, weil ich muss noch 3 Marks spawnen. Du brauchst so viel niemals. Du hast noch einen Snack und 41. Ich hab diese ganzen Kisten hier oben noch, guck mal. Die sind auch alle voll. Ja, und du... Oh, du willst so Geiz halt. Lass mir doch die 12 Stück. Nimm dir Koppel mit, ich weiß nicht wohin damit, ich bin überfordert. Hier kannst du Koppel haben. Ne, 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 ich will den nicht sehen. Ich lass ihn da liegen. Ist das jetzt okay für dich? Darf ich? Ja, ist okay. Ja, ist okay. Also nur wenn du wirklich nichts dagegen hast, mach ich das. Dann hab ich nämlich meine Marks für immer gespawnt. Für immer. Ach ja Leute, das können wir ja mal ansprechen in dieser Folge. Warum produzieren der gute Veni und ich vor? Ja, ich hab's schon mal gesagt. Oh, Spoiler! Ne, wer's noch weiß, kann's ja mal in die Kommentare hauen bei Veni. Und wer's nicht weiß, von meinen Zuschauern zum Beispiel. Ähm, ich bin mit Veni. Beziehungsweise wir sind nicht direkt zusammen. Ne, wir haben keine Affäre miteinander. Äh, ne, Spaß. Wir sind zusammen in Berlin. Die Video Days. Und was mich einfach mal brennend interessieren würde. Wer von euch ist denn da vor Ort? Wer ist auch bei den Video Days? Würde mich einfach mal interessieren, ob man da jemanden vielleicht antreffen mag oder so irgendwas. Ähm. Mag. Hahaha. Mag, ne. Oh, cool. So, ich mag diese Watch. Ich bin grad hart überfordert mit diesem ganzen Zeug. So. Ich bin hier in einem Schubel. Okay. Ey, ich steig zu langsam. Pass mal auf was. Ich mach halt was, um mich von irgendwas abzulenken, sodass ich nicht mit diesen Technik-Krams beschäftigt bin. Deswegen troll ich dich jetzt gleich ein bisschen. Du trollst mich? Ja. Ich werde hier nicht getrollt. Doch. Ich bin der Troller. Ey, ich mach die Voodoo-Puppe auf dich. Zeig dir gleich was. Ich mach die Voodoo-Puppe auf dich. Ich schwör. Ey, ich schwör. Pass auf. Ich bring dir was mit. Warum trollst du? Jetzt hab ich Angst. Ich flüchte jetzt. Warum wechseln? Ja, was soll das? Du trollst mich jetzt nicht. Doch. Pass auf. Nein. Geh weg. Wen hier? Was denn? Du hast irgendwas vor? Ja. Das ist richtig. Ja, nein. Geh jetzt weg. Ich bin doch hier gar nicht da. Ich komm jetzt. Nein. Doch. Lol. Ich glaub. Du musst mich eh. Du musst mich finden in meinem Urwald hier. Es liegt so übel. Es liegt glaube ich an meinem Urwald. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Was hast du denn gemacht? Ich hab nen Urwald. Also nicht in der Hose. Aber. Passt. Ja. Ist gut. So. Ich brauch 7000 Power. Mann. Es ist einfach so krass. Das hier ist ein reines Labyrinth. Ich hab Riolis Gelände hier schon übel zugestellt. Warum sind das so viele Bäume? Ja eben. Ich brauch die Energie. Für den Altar. Ich mach dir hier mal Energie. Jeder brennt passiert. Nein. Machs weg. Losches. Schon abgefackelt. Nein. Ich brauch die Energie für die Bäume. Guck mal Basti. Was machst du? Ich finde dich nicht. Ich komm aus meinem Labyrinth. Ich stelle das hier hin. Ich stelle das hier ran. Ich bin in meinem Labyrinth. Was machst du? Ja komm hier ran. So achte raus. Warte mal nicht. So hi. Guck guck guck. Was was was? Was ist das? Das kann fliegen? Äh. Veni was ist das? Guck guck guck. Was ist das Veni? Was macht das? Das sieht cool aus ne? Das ist ne Gasfolge. Hast du gepupst? Ja. Oh fuck. Guck hier ist dieser Altar. Und der muss auch. Und da drin ist das so Jumboos. Guck 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 zu. Dieser Altar da unten ne. Der braucht. Hier mach rechtsklick drauf. Der braucht Energie 7000. Hast du nen Wither Kopf? Ne. Fuck man dann geh ich jetzt kurz. Hilfst du mir im Nether kurz? Wither Kopf. Guck mal was ich dir gegeben hab. What? Ja du hast mir was gegeben. Ich hab's gesehen. Ach komm. Scheiß drauf. Ich geh jetzt ohne Rüstung und irgendwas in den Nether. Was ist das? Energize Clothed Stone Bucket. Was kann ich damit machen? Was ist dieses Zeug was ich da grad bei dir ausgegibt hab? Okay. Das ist richtig cool. So. Ich geh jetzt in den Nether. Ich brauch so nen schweißen Wither Kopf. Weißt du was ich noch hab? Ich hab ne Flüssigkeit. Die friert alles um sich herum an. Okay. Eh p 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 p. Wenn ich Obsidian auf ein Schwert drauf hau bei Tinker's Construct dann ist das Beheading? Ist das haltbarkeit oder? Nicht? Ich meine... Die Hedding ist ne Enderperle. Ah stimmt. Nee, Obsidian und ne Enderperle. Glaube ich aber weniger. Doch. Ich glaube ich bin mir da ziemlich sicher. Ich muss verdammt nochmal nen Wither-Kopf bekommen. Wenn ich den hab, hab ich den Altar auf ultimaltiefer Reichweite. Und dann bekomme ich endlich diesen verdammten Drop of Luck. Oh, ich höre nen Ghast. Oh, da ist ein Hund. Oh, hier gehts grad. Oh, nee. Pass auf das Tinn jetzt. So. Oh mein... Ah! Eine Boss-Spinne oder sowas. Nee. Das ist ne Spinne, die hat sie in vier geteilt, als ich sie einmal getötet habe. Ja, die Hellsgarth-Spider. Ja, genau, die meine ich. Ein ganz normaler Viecher-Basti. Ja, aber ich hab keine Rüstung. Chill, chill, chill. Ja. So, egal. Ich brauche jetzt Wither-Skelette, verdammt nochmal. Und zwar viele davon. Alter, das ist so lächerlich mit dieses Melchery. Das ist voll gemein. Das ist voll gemein. The fuck ist das? Ich brauche nem besser den Culinary Generator. Das kann ich jetzt mal machen. Nein! Ich hab mein Schwert getroppt. So. Okay, ich brauche verdammte Wither-Skelette. Aber hier... Kann man Wither-Skelette irgendwie zum Spawnen bringen? Nee. Gibt's da nicht irgendwie so... Erscheine, Wither-Skelette? Oh, da ist ein Blaze auf jeden Fall schon mal. Da hinten. Mist. Ach, Mann. Und so hab ich ne Kiste. Da kann ich keine machen. Ich bin jetzt in der Nether-Festung. Wo kommt dieses Tin jetzt wieder her? Es sind so viele Erze! Ich kann dieses nicht mehr. Ja. Ich bin total am Ende. Ich bin jetzt so richtig überfordert. Es lag geil. Wow. Ja, es lag die ganze Zeit. Ja. Es hat grad mega gelagged. Verdammt. Ich sollte mich mit diesen Lags nicht an die Wither-Skelette trauen. Das ist nicht mehr Rüstung, oder? Nö, nö. Ich hab nur ein Goldhelm und ne Eisenhose. Aber ich renne schon die ganze Zeit im Nether rum. Weil ich verdammt nochmal diesen einen Kopf brauche. Dann hab ich nämlich den Altar auf ultimativer Reichweite. Oder warte! 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 Ähm. Wenier? Ganz blöde Frage jetzt. Ja. Wie bekomme ich einen Spieler-Kopf? Indem du ihn tötest. Einen Spieler. Bekomme ich den zu 100%? Nein. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den bekomme? Richtig gering. Scheiße. Ähm. Pass auf. Andere Frage. Wir haben doch am Spawn, haben wir Denas Kopf, ne? Ja. Meinst du, den kann ich mir ausleihen kurz draufsetzen, warten bis alles geladen ist und dann wieder zurücksetzen? Keine Ahnung. Fragst du's nicht? Ja, weil du bist cool. Weiß ich auch, aber trotzdem. Keine Frage. Wie kriege ich diese ganzen Cobblestones daraus? Ich muss die irgendwie filtern, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das machen will. Bin überfordert. Ja, der Garst ist tot. Oh, dann hole ich mir jetzt noch eine Garst hier. Und da ist wieder so eine fette Spinne. Die fetten Spinnen, die sind einfach fett. Was könnte ich machen? So. Oh, fuck. Da ist ein Wolfsrude. Geile Scheiße. Aua! Der hat mich gebissen. Ich brenne. Rein. Hui. Okay, wo ist der Garst gestorben? Da hinten. Da ist eine Garst hier. Da sind zwei Garstiers. Geil. Ich habe zwei Garstiers. Brauchst du Garstiers? Ich handle. Nope. Ich handle. Zombie braucht welche, glaube ich. Zombie? Wenn du das hörst, ich handle. So. Okay. What? Okay, pass auf. Ich leime jetzt kurz Denas Kopf aus. Das ist mir jetzt egal. Sonst, äh, dümpel ich hier noch in ein paar Jahren rum. So. Oh mein Gott, ich habe so viel Gelorium. Ich habe alles. Und wenn es geklappt hat, dann, ne? Dann, meine Freunde. Dann, ne? Oh mein Gott. Dann sage ich euch. Alter, dann mache ich erstmal einen Freudentanz. Was? Ich bin ernsthaft im überlegen, ob ich die Quarry ausschalten soll, weil ich zu viele Items habe. So. Ich dachte nicht, dass es jemals so weit mit mir geht. Wo hast du die Quarry denn aufgestellt? In einer Miscraft-Dimension. Und wie gesagt. Das, was ich da jetzt alles habe, Basti. Das ist nicht mal die Hälfte von dem, was die Quarry eigentlich abbauen wird. Ich habe jetzt Denas Kopf mir kurz gekrallt. Ich werde das versuchen. Wenn es nicht klappt, setze ich ihn wieder zurück. Oh mein Gott. Was wenn schon? Hä? Dann werde ich das so lange benutzen, bis das Teil aufgeladen ist. Und dann setze ich es zurück. Okay. Hauptsache, ich kann endlich meinen Wald da abholzen. Das ist ja schrecklich. Das sind einfach viel zu viele Bäume. Okay, bitte funktioniere einfach. Leute, drückt mir mega die Daumen. Weil der Urwald hier, der macht mir schon so ein bisschen zu schaffen. Oh nein, 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 nein! Warte! Geht's nicht? Nein! Warte! Jetzt nehme ich mal das Nein. Es ist ein Creeper, explodiert. Ah, okay. Und alles ist kaputt. Oh Mann. Was ist QED Recipes? What the fuck? Oh fuck, Mann. Nein! Und nee! Ernsthaft! Was ist denn da mitgekommen? Das sind da mitgekommen und vier goldenen. Ey! Wo mache ich das? So, das da brauche ich. Ey, das ist doch kacke! Was ist QED? Ah! What the fuck? Nein! 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 Ist einfach alles in die Luft geflogen, ey! Ohne Witz! Ey! Oh ne! Das ist doch... Bullshit ist das! Zwei Creeper auf einmal! In meinem schönen Wald hier! Wo habe ich noch Quarz? Wir müssen die Folge irgendwann dann nix auch beenden, na Basti? Wir sind bei 16 Minuten. 17. Obwohl ja 16 stimmt, ich habe früher angefangen. So. Okay, ich habe drei Stone. Ich brauche jetzt noch einen Stone. Och, weißt du wie das ankotzt? Ich bin so weit gewesen, dann drehe ich mich um und da ist ein Creeper, der hat einfach auf mich gelauert. Der hat einfach gesagt, so, jetzt. Und dann hat er jetzt gemacht. Du hast gut... Ohne Witz... Ah gut, das habe ich. Äh... So. Hast du zufällig Quarz? Äh... Ne, habe ich nicht. Oh Mann, wie mich das ankotzt. Das hätte alles so schön sein können. Weißt du, was nicht schön ist? Was? Wie der Server lackt. Der lackt übel Gras, gell? Das ist abnormal. Ne, das sind keine Flaschen. Habe ich nirgends mehr Quarz? Seriously? Okay, wollen wir die Folge mal beenden? Ja, Moment, ganz kurz. Ich bin grad mega... Warte, 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 warte. Du musst ganz kurz... Beende halt deine Folge, ich mache das jetzt noch kurz weiter. Okay, dann werde ich meine Folge mal. Wir werden die gleich noch ein paar aufnehmen. Beziehungsweise eine heute und dann morgen noch welche. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen, könnt ihr eine Bewertung da lassen. Oh Gott. Und wenn ihr sehen wollt, übelster Cliffhanger, was der Wasser hier noch macht, dann müsst ihr über den vorbeischauen. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. So. So. Der Altar ist bei 3. Fickt euch alle. Oh Mann. Du glaubst nicht, wie ärgerlich das gerade ist. So. Ich kann es mir vorstellen. Ne, der Kopf von Dehner bringt gar nichts. Obwohl, ich weiß es nicht. Warte mal, ich habe hier noch Erde. So. Ich habe noch 2 Minuten. Die musst du jetzt kurz warten. Weniger. Okay. Ja, ja. Weißt du, wie schlimm das ist? Du hast halt... Ich habe halt mega eng gebaut. Aber... Oh Mann. Sind wir von 6000 auf 3000 runter. Ist das nicht geil? Ich finde das mega geil. So. Warum? Weil der Clip explodiert oder was? Der hat alles... Der muss uns alles neu pflanzen. So ein bisschen halt. Ist einfach kacke. Es war so gut einfach. So. Hätte der... Hätte der einfach nicht... Weißt du? Der hätte da einfach weg bleiben sollen. Oh Gott. Ohne Witz. Ich bin richtig angepisst gerade. Ich weiß nicht, wie ich das noch upgraden soll. Lol. Okay. Jetzt füllt es sich gerade wieder auf. Jetzt bin ich bei 4. Okay. Der Kopf von Dehner bringt glaube ich nichts. Deswegen nehme ich den wieder mit. Ja. Der Kopf von Dehner hat gar nichts gebracht. Okay. Ja. Im Kopf von Dehner. Da war einfach nichts drin. So. Okay. Dann würde ich öffnen. Und der Kessel hier ist auch kaputt. Toll. Einfach sagen. Bis zum nächsten Mal. Schaut bei wenig vorbei. Und. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.